ja jetzt sind nicht auf den muni kisten nein jetzt aus dem auto kurz wir haben nur das seite und bestätigt kannst du vielleicht mal ein gps hier in die scheibe kleben das wäre echt toll hast du keins ja du versteckst das die ganze zeit hinter deinem rücken das finde ich ja wie blöd warte ich packe es mal aus vielleicht ist im handschuhfach noch eines von diesen klebedingern drin wenn man so in Richtung Süden guckt dann fühle ich mich wie so ein taliban wenn dann gleich ein Paar Meter noch so ich habe ein ganz schlechtes gefühl bei diesem einsatz so was sollen wir machen können unsere leute ja nicht in den stich lassen schau heute den scheiß vizepräsidenten in der villa weg und dann geht es endlich weiter oje jetzt schießen wir popcorn in die ohren ne oje geht aber schnell runter ja wo haben die uns hier hingeschickt uuuaaa kieeeet ooooh scheiße ooooh 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 s ooooh Also von oben sah das überhaupt nicht so steil aus eeeh auch, ich glaube, hier ist mTele ooooh was die denn der status des autos äh ist das immer noch ein auto aber du siehst ja vorne in die räder sind irgendwo abgeflattert und ich glaube ich blute vorsicht ihr kommt gleich hat es die kante runter geschanzt und ich hoffe dass dieses packen schmerzen ja weil mir irgendwer vorhin so eine blöde kiste gegen den kopf gestoßen hat ich glaube schon ich soll mal aufhören zu funken hier ja das kennen wir später nordwestlich ist noch ein auto dürfte hartes sein was wenn es feinde sind hallo hallo ihr müsst laufen wir nehmen danke ja der geht noch haben wir keine satz reifen dabei jetzt nach 7 straße folgen ja das ist gut so hier halt da links in die fahrzeuge ja der berg voraus da wollen wir jetzt hoch jetzt fährst du hier rechts halb rechts ja das ist gut noch ein stück rechts super und hier halt mal an alle mal absetzen so wir bilden eine linie nach westen schauen ob das gut geht hopp hopp also super und los das ist alles was ich soweit sehen kann ich gebe das jetzt mal durch schaut es euch am besten auch mal kurz an an Das PKM hat eine Reichweite in der Effektive von 1.500. Ja, ja. 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 Und ich habe mit dem Lotto gewonnen, aber ich bin trotzdem gerne hier, weißt du? So, dazu wird gleich bei Team 1 den Bereich von der Villa bis nach links nehmen und bei Team 2 von der Villa bis nach rechts und da werden wir gleich draufholen und dann wieder abbauen. Was ist denn die Villa? Ich würde einfach sagen, direkt in der Mitte von den Bäumen. Ja, in etwa direkt in der Mitte von den Bäumen, da macht ihr eure Aufteilung. Das Ziel ist jetzt, da möglichst viel rein zu hauen, sodass wir Angst kriegen und dass die Schütze schon mal bei ihnen einschlagen und dann holen wir wieder ab. Wir sollten uns auch ein Stück nach hinten zurückziehen, ich will, sonst müssen wir zu weit kriechen, falls sie den Beschuss da wieder haben. Ja. So, kriegt alle so weit zurück wie möglich, sodass ihr aber noch wirken könnt. So, kriegt alle so weit weg. So, kriegt alle so weit weg. Und einer von euch fliegt viel zu hoch. So, kriegt alle so weit weg. Feuer ein, schnell, in Rückzug. Positiv, komm. So verstanden, komm. Team 1 bereit? Team 1 bereit? Team 2 bereit? Bereit. Feuer. Komm. Wind. Weiß! Gehe weg! Wind, weg! Wind. Rückzug, Schauer einstellen, Rückzug! Abschließung! Beschuss! Beschuss! Entschließung! Er wird kommt. So, jetzt nach links. Feier Feier einstellen, Rückzug Zeus für Poseidon, komm Sollen wir mit unserem Plan weitermachen und von Süden kommen, komm, Fall kommen So, uns wurden ein paar Bäume zugewiesen, ich hab dich mal mit Halten benannt Wir sind etwas westlich von dem Flussbett, wir fahren jetzt erstmal zu Fahrzeug, das ist westlich von hier Also los geht's Wir müssen leider über die Berge ein bisschen drüber fahren, aber wir rettern einfach ab nach Westen Party hart Ich finde diesen Plan Ja Also ich finde den ganz gut Spannend Und los Kalt steht Da vorne sind viele Bäume, da werden wir uns erstmal verstecken Das ist der Kuckold Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na los, Kramenfusse, gib alles Formation eng Wir können nicht mehr laufen hier hinten Team halten, sammeln Vergesst nicht die MGs runterzuschrauben Von der Entfernung Ich hab's auf 330 gerade Ja, passt Gut, sind wir wieder alle da? Ja Schön Heißt aber nicht, dass wir weiterlaufen sollen Äh Feind? Okay, komm Wir gehen jetzt an das Haus ran, schnell Boss, ich hab Angst Ich seh alle Menschen Genau die Anlegen Ich flank hier rechts Ran ans Haus Fall dir im Haus Evil, wo bist du? Vor dir Ja Evil, ich bin rechts hinter dir. Evil, rechte Flanke ist sicher. Geh rein. Ich bin auf Evil Seite. Ich geh mit ihm rein. Feinde vermutlich im Haus. Schmeiß eine Handgranate. Ich werfe noch eine Granate hinten rein. Geh rein. Beschuss von der Villa. Was ist mit Zabuza? Zabuza ist ausgefallen. TK auch? Positiv. Dann hast du jetzt das Kommando Fussel. Oli, komm erstmal rein. Da muss ich das Haus hinter dir. Halt dich erstmal zurück. Evil. Scheiße Evil hat's erwischt. Evil hat's erwischt. Fussel, wir müssen hier weg. Ja, das ist mir klar. Aber wir müssen versuchen, dass Evil zu leben. Ich bin wieder da. Evil ist wieder da. Evil, weg da. Geh nicht da hin. Kommt nach Osten. Osten. Krieg noch Osten. So, wir müssen jetzt erstmal raus. Wir gehen jetzt auf die andere Seite, Richtung Süden des Hauses. Verbackte Scheiße hier. Kaffee Rauch. Ich auch. Kannst du Evil, alles klar? Äh, ja. Ich bin vielleicht wieder mehr oder weniger topfit. Hat mir ein Visier beschafft. Und wohin jetzt, Fussel? Rechtsrum und nach weg, wo wir herkommen? Ja, Richtung Süden erstmal. Auf die andere Seite. Okay. Bin bereit. Fussel. Los. Okay, hier. Erstmal hinter das Haus. Deckung suchen. Ich schieße nämlich von der Villa aus. Und wir werden zurücklaufen. Zwei Leute verloren. Hast du Kontakt zu den anderen Leuten? Negativ. Ich auch nicht. Ich glaube 50-5 hat Zabuza mir am Anfang gesagt. Ist die Frequent. Ja, 50-5. Ich bin nur gerade oben im Additional drauf. Die haben keine mehr. Also die denken wir sind tot. Wer? Unsere? Ne, äh, Zeus ist das glaube ich. Zeus, hier Poseidon kommen. Ja, hier Poseidon. Wir leben noch. Haben zwei Männer ausgefallen. Drei leben noch. So weit standen kommen. Unsere aktuelle Position ist auf den Koordinaten 0, 4, 2, 0, 4, 9. Negativ, negativ. 0, 4, 9, 0, 4, 2. Hab ich vertan. So verstanden kommen. Negativ. Die schießen auf uns. Wir haben uns erstmal hinter einem Haus zurückgezogen. Wir bräuchten vielleicht Verstärkung kommen. Und dort halten wir dann erstmal Stellung und warten auf Befehl. Dann feiern wir da auf die Villa. Okay. Ich lad nochmal schnell durch. Okay. Ich lad nochmal schnell durch. Siehst du irgendwas Evil? Negativ. Ich habe Richtung 3, 3, 0, eigene Einheiten gesehen. Die bewegen sich jetzt in die Villa rein. Und wir werden jetzt gleich Richtung, ja direkt Richtung Norden verlegen und versuchen zu flankieren. Das wird nicht mal schief gehen. Wenn das nicht mal schief gehen wird. Ne. Das wird nicht schief gehen. Okay wir werden das jetzt so ausführen. Wir werden uns jetzt zu der Flankierposition begeben. Okay äh, Evil Spam. Zu uns kommen. Hinter mir Kai aufbauen. Evil Spam rechts. Kai steht. Wunderbar. Und los geht. Wir werden jetzt zur Flankierposition vorrücken. Und dann werden wir einen gemeinsamen Angriff auf die Villa starten mit den anderen. Okay und los. Marsch marsch. Offeneres Feld gab es nicht. Ne. Vielleicht links, da ist es noch offener. Ne, da hätten wir ja Bäume. Mal. 0580. Null. 0580. Ab jetzt müssen wir flüstern. 0680. axe. Arsch. Du musst flüstern, Fussel. Ja, positiv haben erreicht, müssen wir mal ein kleines Paus machen und dann können wir direkt in den Angriff starten. Fussel, du musst flüstern! Okay. Okay, jetzt langsam hoch. Fertig bereit? Haben wir eigene Einheiten da drin? Ja, wahrscheinlich. Poseidon wird Zeus kommen. Zeus, wir sind immer noch über die 505 erreichbar. Wir haben keine Long Range mehr. Natürlich habt ihr die, geht einfach auf die 505. Stimmt. Hier ist ein Loch Fussel, glaube ich. Ich weiß nicht, mein Zur. Ich werde ein Loch Fussel sehen, glaube ich. Ich bin nur noch mit dem halb, ihr den einen Kuss vergrüßt. Heute muss ich ein Loch Fussel sehen, oder? Nein, nichts, wo ich es den Teufel sehe. Wattest du jetzt hier oben? Wattest du jetzt hier oben? Wattest du jetzt hier oben? Ja, am Ende waren es dann die Gewälgranaten.